Ich weiß, dass es sich verrückt anhört. Okay. Wir haben beobachtet, wie etwas in den Wald gestürzt ist. Was ist das? Wir dachten, es wäre ein Flugzeug. Es war ein scheibenförmiges Fluggerät. Es war ein UFO. Es hat unsere Freundin entführt. Da oben sind immer noch Hunderte in ihrer Gewalt. Bitte unternehmen Sie mir etwas. Wer hat das getan? Was denken Sie denn? Seit Roswell-Zeiten hat die US-Regierung einen Vertrag mit den Außerirdischen. Die untersuchen Sie und machen Experimente. Was Sie sagen, ist wahr. Sie wollen alles über uns erfahren. Wir sterben alle hier drin. Was ist das für ein Vertrag? Es ist eine simple Abmachung. Mit einer Hauptregel. Bloß keine Einmischung. Wir können den Beweis bringen, dass Leben auf anderen Planeten existiert. Aber ich werde dich nicht entführen lassen. Kann mir jemand helfen? No! Für so eine Untersuchung muss man nicht unbedingt in ein Rauch schilfen. NOOOOOO!